So meine Lieben, lasst uns direkt starten. Mir gefällt, mir gefällt dieser Tanz zwischen diesem Bullischen und dieser Tanz zwischen diesem Bärischen. Wir haben Bitcoin letzter Nacht unter 30.000 gesehen und da waren auch viele Stimmen laut, dass Bitcoin jetzt neue Alltime Lows auch schreiben wird, weil einfach dieser Widerstand hier unterbrochen ist. Aber wir durch einen Bounceback uns wieder in altbekannte Gewässer bewegen, finde ich gut. Was ich definitiv weiß, ist, dass der Bitcoin-Kurs heute vor 13 Jahren 9 Cent betragen hat. Umso mehr Unsicherheit wir auf dem Markt haben, umso mehr die wirtschaftliche Destabilisierung stattfindet, umso schneller wird auch der Bitcoin-Kurs auch steigen, umso höher wird dieser ebenfalls auch werden. Und das ist für mich eine wunderbare Sache. Wir befinden uns aktuell hier und Leute, es fehlt nicht mehr viel, so dass wir auch diesen Markt hier mit einem positiven Ergebnis abschneiden sollten. Gucken wir auf Ethereum, denn insgesamt gehen 47% der Anleger aus, dass Ethereum Bitcoin flippen könnte. Und das ist jetzt mal so eine Sache, die möchte ich gerne unkommentiert einfach mal stehen lassen, weil da wir einfach zu viele Faktoren haben, die all das mit quasi mit beeinflussen könnte. Aber wenn es soweit ist und Ethereum wirklich Bitcoin flippen sollte, wären wir Stand jetzt, beziehungsweise Stand All-Time-High bei insgesamt 10.000 Dollar und Stand jetzt sind wir bei 4.800 Dollar. Ganz ehrlich, Freunde, meine Meinung ist wie folgt, im nächsten Bohlenmarkt ist genau dieser Wert für uns erreichbar. Kein Thema. Und wenn wir jetzt nochmal ein paar Jahre, nämlich weiter in die Zukunft schauen, wird auch das hier erfolgreich sein und dazu muss Ethereum nicht auf Platz 1 übergehen. Aber sollte Ethereum auf Platz 1 übergehen, holler die Waldfee, dann male ich mir hier wirklich mehrere Millionäre auch aus, die alleine mit Ethereum Millionäre geworden sind. Wir kennen ja die Geschichte Bitcoin-Millionäre und dann würde es nämlich heißen Ethereum-Millionäre. Warum ich so bullisch auf Ethereum bin, ist nämlich ganz einfach. Umso mehr Gastransaktionsgebühren wir im Bereich Ether haben, umso mehr wird verbrannt, umso weniger wird die Supply. Ich bin tatsächlich guter Dinge, dass wir in den nächsten Jahren sogar unter 100 Millionen an Supply kommen sollten. Umso weniger es Ethereum gibt, umso mehr und höher wird natürlich der Preis. Also so oder so, wenn wir jetzt diesen Preis nicht durch ein Flippen erreichen, wird dieser Preis über Jahre hinweg durch die Verbrennung von sich erreicht. Denn Angebot und Nachfrage, umso mehr Use Cases wir mit Ethereum haben, umso wertvoller wird es nämlich auch. Wie schaut es nämlich ebenfalls mit dem Altcoin-Season und dem Bitcoin-Season aus? Aktuell sehen wir hier eine großartige Bewegung hinüber von einer Bitcoin-Season so langsam in einer Altcoin-Season, denn das ist nämlich der Bereich, der Punkt, wo tatsächlich viele, viele Gains mit eingefahren werden. Das war in der Vergangenheit oft der Fall. Weil wir haben immer nur eine kurze Zeit gehabt, zwischen ein bis zwei Wochen, um unsere Assets hinzuverkaufen, um hier unten natürlich günstig wieder einzukaufen. Eins kann ich aber sagen, wir bewegen uns aktuell in einem sehr, sehr guten Aufwärtstrend aus der Bitcoin-Season heraus. So langsam aber sicher geht es in eine Altcoin-Season. Aber dieser Switch bzw. Turnaround hat tatsächlich im Grunde nur ein bis drei Tage gedauert. Und schon befanden wir uns in einer Altcoin-Season. Also das geht wahnsinnig schnell, dann dauert das ein paar Wochen und dann werden nämlich die ganzen Gewinne von den Altcoins schon direkt abgezogen. Und umso schneller sind wir wieder in einer Bitcoin-Season. Die Altcoin-Season insgesamt beschreibt den Zustand, wo viele Projekte Bitcoin outperformen. Und mittlerweile fehlt auch nicht viel. Wenn wir auf Lidu-Dau schauen, wenn wir auf Quan schauen, braucht es 10% an Wachstum, um letztlich Bitcoin zu überholen. Und das ist erstmal für mich eine wunderbare Sache. Also sofern wir uns hier oben befinden, wird Bitcoin weitaus nach rechts übergehen. Und viele, viele Projekte werden Bitcoin outperformen. Schon jetzt gibt es natürlich die Ausreißer, die wir jetzt hier soweit sehen. Auch Solana hätte ich ja beim besten Willen nicht gedacht. Wie siehst du das? Ich hätte Solana auf jeden Fall nicht Bitcoin outperformen gesehen. Aber an diesem Punkt ist das eine wahnsinnige, wahnsinnige Möglichkeit, um hier oben unsere Assets zu verkaufen und letztlich Millionäre zu werden. Ganz einfach. Der Ripple-Kurs, bleiben wir mal bei Ripple, hat natürlich Bitcoin outperformt. Aber eins muss ich dazu sagen, der jetzige Kurs wird nämlich von den einzelnen Nachrichten auch befeuert. Wir sehen hier eine wunderbare Aufwärtsbewegung. Aber diese Bewegung beruht tatsächlich zu 99% auf Nachrichten. Denn sofern wir uns nicht hier preislich befinden, ist das meiner Meinung nach erstmal eine gute Sache, dass wir preislich sehr, sehr über Bitcoin stehen. Aber es befeuert natürlich die einzelnen News. Sollten wir jetzt in der Zukunft schlechte Neuigkeiten bekommen, zum Beispiel, denn Richterin Torres hat nämlich das Urteil jetzt abgegeben. Und sollte da etwas Negatives aufkommen, werden wir den Preis reagieren sehen. Ganz einfach. Und mehr denn je wird jetzt Ripple von den einzelnen Nachrichten her gesteuert, wenn wir auf preislicher Ebene das Ganze betrachten. Aber ich muss dazu auch sagen, dass auch viele, viele Stimmen gegenüber der SEC jetzt laut werden, dass nach dem Ripple-Urteil die Haltung der SEC und somit auch Gary Gensler zu Kryptowährungen neu bewertet werden muss. Und an diesem Punkt möchte ich gerne etwas zitieren, was Brian Armstrong, der CEO von Coinbase, gesagt hat. Er sagte, dass Gary Gensler und die SEC quasi wie ein Tyrann über Krypto herfallen und jegliche Chancen der Diskussion und jegliche Chancen der Innovation in Keim ersticken. So darf es auf jeden Fall nicht kommen. Und in dem Punkt wird nämlich auch jetzt die Stimmen lauter gegenüber Gary Gensler, gegenüber der SEC, dass die Haltung zu Kryptowährungen neu bewertet und evaluiert werden muss. Finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Schauen wir mal auf die einzelnen Funding-Rails. Mehr denn je gehen die einzelnen Future-Händler auf Ripple überwiegend. Ja, eben gerade war es auf jeden Fall über 50. Mittlerweile gehen viele Leute auch short. Warum, kann ich euch nicht sagen. Aber wir sehen Bitcoin Cash. Wir sehen auch Optimism. Wir sehen Cardano. Es wird hier überperformt. Aber auch Sui. Das hätte ich beim besten Willen nicht gedacht. Dass Sui tatsächlich Updos im Bereich Future-Handel outperformt. Schauen wir uns das mal an. Wenn wir nur auf die täglichen Transaktionen schauen, dann sehen wir, dass Sui eins der besten Blockchains ist. Hätte ich ja beim besten Willen nicht gedacht. Preislich finde ich Sui massiv überbewertet, weil einfach die Tokenomics grottenschlecht sind. Aber trotzdem, wenn wir auf die Blockchain schauen, sehen wir es ja schwarz auf weiß. Dass viele, viele Transaktionen auf Sui durchgeführt werden. Mehr als Avalanche. Mehr als Polygon. Mehr als Solana. Mehr als Updos. Das liegt aber. Jetzt kommt das große Aber. Das liegt daran, dass aktuell ein Gewünschspiel mit den Sui Bull Sharks durchgeführt wird. Und umso mehr Transaktionen wir da machen, umso mehr Punkte bekommen wir. Umso mehr Geld können wir quasi gewinnen. Das liegt womöglich daran. Werte wie TVL sind für mich eher dieser ausschlaggebende Punkt, wenn wir auf Sui schauen, dass der TVL tatsächlich hier weitaus niedriger als bei anderen Projekten und Blockchains liegt. Ist das für mich ein besserer Indikator als nur auf die Daily Transaktion. Ich sage euch aber eins. Die einzelnen Future Händler, sie schauen nur hier rauf, sehen diese massive Bewegung und wollen natürlich auch preislich das Ganze so mitnehmen und gehen hinüber auf Long. Mittlerweile platzieren die einzelnen Future Händler jetzt vermehrte Short Position. Also ich gehe nicht davon aus, dass das Ganze jetzt wirklich auf immer und ewig so bleiben sollte. Ich werde auch gleich nochmal meine Trades dazu veröffentlichen, wie ich aktuell stehe und meine Trades soweit platziere. Aber etwas Bemerkenswertes konnte ich hier nochmal sehen, wenn wir auf Layer 2 schauen, dass der Market Share von Arbitrum immer weniger wird. Sofern wir uns nicht bei 58% befinden, ist das alles erstmal eine wunderbare Sache. Trotzdem verteilt sich dieser Market Share auf die anderen Layer 2 Solutions. Optimism ebenfalls ein ebenbürtiger Konkurrent. Aber wie gesagt, CK-Sync ist mein absoluter Favorit, wenn es um Layer 2 Solutions geht. Aber der Token ist halt noch gar nicht draußen. Deswegen erstmal Arbitrum bei mir an dieser Stelle oder an erster Stelle. Das auf jeden Fall so gesagt. Schauen wir auf Maxi. Meine Trades veröffentliche ich natürlich auch an dieser Stelle. Auf Maxi wirklich kein groß nennenswerter Betrag. Auf Ethereum habe ich hier einen Margin von 130 Dollar drin, Dreierhebel long. Auf Ethereum habe ich insgesamt 1000 Dollar Margin drin, Dreierhebel long. Für mich ist das Wesentliche der Liquidierungspreis. Lieber gehe ich mit einem etwas höheren Margin in den Markt rein, mit einem Dreierhebel. Und habe ein geringeres Risiko, liquidiert zu werden, als wenn ich vielleicht mit 100 Dollar und einem Zwanzigerhebel, dann wäre ich schon längst weg vom Fenster gewesen. Wenn wir die Marktbewegung gestern Nacht mal betrachten. Und an diesem Punkt sind bei mir noch zwei Order ausstehend. Tatsächlich Bitcoin, Long, Dreierhebel jeweils mit 544, 549 auf Bitcoin und Ethereum. Da natürlich male ich mir hier auch aus, auch wenn das jetzt eher unwahrscheinlich ist, dass der Bitcoinpreis 28,4 erreicht. Und Ethereum 1757 könnte natürlich möglich sein mit einem, ich sage mal mit einem Flash Crash. Könnte genau diese Marktbewegung, genau diese Order hier eben auch auslösen. Das wäre für mich eine wunderbare Sache. Die zweite Variante, wo ich aktuell drin bin, ist natürlich Arbitrum vermehrt. Mit Dreierhebel und insgesamt mit einer Margin von 789. BNB erstmal außen vor, weil das ein kleinerer Betrag ist und Ethereum mit 379. Trotzdem ist mir die Liquidierung hier überaus wichtig. Ich werde bei Arbitrum bei 86 Cent liquidiert. Deswegen möchte ich einfach dieses Risiko minimieren, indem ich meine Hebel hier weitaus günstiger ansetze. Mittlerweile im Minus, aber trotzdem ist das jetzt erstmal so eine Sache, die wir ausstehen müssen. By the way, wenn du noch nicht auf Maxi registriert bist, gerne meinen Link unten in der Beschreibung nutzen. Ist auf jeden Fall die günstigste Börse, die es auf dem ganzen Planeten geht. Aber eine Sache möchte ich nochmal an dieser Stelle sagen. Auf Maxi habe ich tatsächlich auch eine Spot Order bzw. einen Spot Kauf am Laufen. Und zwar ist es, ihr werdet mich hassen, Bobo. Warum habe ich jetzt 100 Dollar oder 90 Dollar in Bobo investiert? Das liegt tatsächlich damit zusammen, dass ich gerne mal Wild Watchings durchführe. Und ich habe gesehen, dass dieser Pepe Käufer, der mit 20 Dollar investiert hat in Pepe, tatsächlich daraus mehrere Millionen Dollar gemacht hat. Habe ich einfach gesehen, dass er eine hohe Position auf Bobo gesetzt hat. Und dann dachte ich mir, ey, ich copy trade das Ganze. Und tatsächlich, wenn wir auf Bobo schauen, ist Maxi die einzige Börse, die auch Bobo im Spot Handel anbietet. Auch natürlich Albi Bank. Aber Albi Bank ist verdammt klein an dieser Stelle, auch wenn das Volumen hier wahnsinnig groß ist. Du zahlst bei Albi Bank richtig große Gebühren, wenn du die einzelnen Kryptos aus der Börse raus verschicken willst. Habe ich hier jetzt erstmal als Gamble Faktor, ich glaube 90 oder 92 Dollar damals in Bobo investiert. Mal abwarten, wie das Ganze hier nämlich fruchtet. Wie ist aber deine Meinung zu diesem aktuellen Stand der Dinge, auch zu den Preisen? Ja, schreib mir gerne eine Bewertung in die Kommentare und wir sehen uns auch morgen wieder. Mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao.